Musik Scheiße, was ist das? Gott, was war das? Was? Soja, die Welt ist noch viel böser als jemals zuvor. Beweg deinen Arsch, geh da raus und zeig uns, dass du die Welt retten kannst, Soja. Los! Was? Die Zombies? Nein! Nein! Scheiße! Scheiße, fuck! Nein, oh Gott! Fuck, fuck, fuck! Putin! Die Zombie-Apokalypse sind angebrochen! Wir müssen wegrennen! Los, schnell! Pack alle deine Sachen und geh! Äh, du bist nicht wirklich hilfreich. Ich, ich, ähm, okay. Geht weeeeg! Es ist zur Zeit, sich den Zombies entgegenzusetzen. Ich muss die Welt retten. Das bedeutet erst einmal, hartes Training. Okay, jetzt bin ich ready. Es wird Zeit, sie umzubringen. Aber erst muss ich irgendwas essen. Irgendwas proteinreiches, damit ich die ganzen Zombies bekämpfen kann. Los! Okay. Was? Was hat denn viele Proteine? Ähm, Nutella? Bananenschutz, ich weiß das nicht, bestimmt. Müsli, ja. Es hat doch, es hat Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist doch bestimmt das selbe wie Proteine, oder? Ja, ich denke schon. Los! Okay, ähm. Nein! Scheiße! Sie sind schon hier drin! Scheiße, ich! Ich, ich muss ihm irgendwie Angst machen, ähm. Ich liebe meinen Doppelkinn! Hey, ich liebe meinen Doppelkinn! Hey, ich liebe meinen Doppelkinn! Hey! So, du Apfer! Los, geh! Oh Gott, das war aber gerade noch knapp, Alter. Aber kacke, scheiße, wenn die, wenn die hier schon drin sind, dann... Ich brauch ein bisschen mehr zu das. Ich muss, ich muss Vorräte anlegen. Schnell, Soja, holf Essen an! Okay, Soja, nimm mit, was du kannst, ähm. Warte, ne, ne Axt? Okay, kann ich auch gebrauchen, aber... Essen! Oh Gott, los, los! Zeug nehmen! Oh Gott! Okay, das, das wird reichen! Okay, ich, ich hab jetzt alles angesammelt, ich, ich muss mich einfach verstecken und dann werden sie mich niemals finden, ich, ich, ich kann überleben, ich... Nein, nein, geh weg, geh, geh, geh weg, kannst du nicht lesen, du, du Zombie! Okay. Okay, okay, danke, man sieht sich. Das war ja einfach... Boom, Ende des Videos. Krasse Scheiße, ne? Aber wartet... Danke an dich, dass du dieses Video angeschaut hast. Und noch größeren Dank an Jero. Kanal ist mal in der Beschreibung, falls ihr ihn noch nicht kennt. Aus was weiß ich, was für Gründen. Der hat am Anfang die zwei, drei Sätze gesagt, die ich in meinem Handy angeguckt habe, als mein Informant über die Zombie-Apokalypse. Und eine wichtige Sache, die ich schon ewig mal sagen wollte. Grüße an das Telekom-IT-Ausbildungsteam, von wo mein Bruder gerade Ausbildung macht. Ich habe gehört, ihr guckt meine Videos. Hi, geil. Falls ihr mich noch nicht kennt, lasst mir doch ein Abo da. Und ich hoffe, ihr habt noch eine geile Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.